Hallo Leute, ich bin Sophie. Vermutlich haben viele Angst davor, im Aufzug stecken zu bleiben. Nun stellt euch vor, ihr würdet zusammen mit eurem schlimmsten Feind feststecken. Hört sich schrecklich an, oder? Genau das ist mir aber passiert. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich klein war. Ich gehe eher nach meinem Vater. Meine Mutter und ich kommen nicht so gut klar. Eine Zeit lang ging es ja irgendwie. Doch dann wurde es immer schlimmer. Eines Tages hatten wir einen Riesenstreit. Wenn das passiert, gehe ich normalerweise zu Papa. Ich packte meine Sachen, zog die Tür zu und ging einfach. Ich wohne in einem 16-stöckigen Gebäude mit zwei Aufzügen. Einem großen und einem kleinen. Ich drückte auf den Knopf. Der Kleine kam. Ich wünschte, es wäre der Große, dachte ich, weil ich Platzangst habe. Wenn ich in einem engen Raum bin, bekomme ich Schwierigkeiten beim Atmen. Nach einer Weile setzt dann eine Panikattacke bei mir ein. Aber an diesem Tag wollte ich so schnell wie möglich von meiner Mutter weg und stieg in den kleinen Aufzug. Im sechsten Stock hielt er dann nochmal. Hoffentlich ist es nicht Lena, dachte ich. Und wer steigt ein? Lena. Ich habe sonst keine Feinde, nur Lena. Dummerweise leben wir im selben Gebäude. Sie telefonierte gerade und klang sehr aufgebracht. Ich bin zu Hause, wo sonst? Ich steige gerade in den Aufzug. Die Verbindung bricht gleich ab. Ich rufe zurück, sagte sie. Die Aufzugtür ging zu. Jetzt bemerkte sie, dass sie nicht allein war. Sie wollte gerade Hallo sagen, doch dann sah sie mich. Das brachte sie noch mehr auf. Na toll, sagte sie und drückte wild auf den Knöpfen herum. Sie wollte aussteigen, bevor wir im Erdgeschoss ankamen. Keine Sorge, ich beiß nicht, meinte ich. Frostig, sagte sie. Könntest du auch nicht, selbst wenn du's wolltest. In diesem Moment fing der Aufzug wild zu rütteln an und blieb irgendwann stehen. So, als würde er in der Luft hängen. Lena wartete, dass die Tür aufging. Sie wollte raus. Aber die Tür blieb zu. Sie drückte auf Öffnen. Nichts geschah. Dann drückte sie wieder wie wild auf den Knöpfen herum. Ich konnte nicht anders und sagte, hör auf. Deshalb sind wir doch stecken geblieben. Sie blickte mir in die Augen. Wegen mir? Hör endlich auf, immer anderen die Schuld zu geben, wenn dir was Schlechtes passiert, sagte sie. Ich wusste, was sie damit meinte, doch ich sagte nichts, weil ich schon schwitzte. Ich musste hier so schnell wie möglich raus. Ich hatte in meinem Leben drei Panikattacken. Ich wusste, wie schlimm sie waren. Noch eine wollte ich nicht erleben. Ich versuchte, die Aufzugtüren aufzustemmen. Ich zog so fest an ihnen, wie ich nur konnte. Dann begann Lena, auf die Türen einzuschlagen. Sie rief nach Hilfe. Ist da jemand? Wir stecken im Aufzug fest. Hallo! Wir hingen wohl zwischen zwei Stockwerken. Deshalb konnte uns vermutlich niemand hören. Lena holte ihr Handy hervor. Sie wusste, dass sie hier drin kein Signal hatte, aber sie probierte es trotzdem. Sie versuchte, jemanden anzurufen, aber das klappte natürlich nicht. Wir wussten beide, dass man das Signal und die Internetverbindung verliert, sobald man in den Aufzug steigt. Lena stand direkt vor den Knöpfen. Kannst du mal zur Seite gehen? Fragte ich. Sie gehorchte. Wie ich mir schon gedacht hatte, gab es einen Knopf mit einer Glocke. Der Alarmknopf. Ich hielt ihn mehrere Sekunden lang gedrückt. Nichts geschah. Irgendwo musste doch jetzt ein Alarm läuten. Aber wo? Wann würden die Leute, die den Alarm hörten, wohl kommen und uns hier rausholen? Mir zog sich die Brust zusammen. Zu meinen Schweißausbrüchen kam auch noch Atemnot dazu. Lena setzte sich. Sie holte eine Schachtel Kekse hervor und begann sie zu essen. Ich hatte auch noch nicht gefrühstückt. Ich hatte solch einen Hunger. Aber ich würde lieber sterben, als Lena zu fragen. Da wir Feinde waren, würde sie mir sowieso keinen geben. Eigentlich hatte ich sie zuerst als Feindin bezeichnet. Woraufhin sie sagte, wenn das so ist, dann bist du auch meine Feindin. Wollt ihr wissen, was geschehen ist? Wenn ich euch den Grund dafür erzähle, werdet ihr sicher auf meiner Seite sein. Letzten Sommer zog Lena mit ihrer Familie unser Gebäude ein. Ich sah sie ab und zu, doch wir kannten uns nicht. Als die Schule anfing, waren wir in der gleichen Klasse. Mit der Zeit wurden wir Freunde. Da wir im selben Gebäude wohnten, hingen wir auch nach der Schule miteinander ab. Ich hätte ihr aber nicht so schnell vertrauen sollen. Ich erzählte ihr viele sehr persönliche Dinge über mich, zum Beispiel in wen ich verknallt war. Ich fand Mario voll süß, hielt meine Chancen aber für ziemlich gering, da er einer der beliebtesten Jungs der Schule war. Als ich Lena davon erzählte, ermutigte sie mich. Sie sagte sowas wie, du bist ein tolles Mädchen, sag ihm, dass du ihn süß findest. Eines Tages meinte sie, ich werde mit Mario reden. Ich glaube, er mag dich auch. Lass es uns herausfinden. Sie fand ständig Ausreden, um Zeit mit ihm zu verbringen. Einige Wochen später sagte sie, ich muss mit dir über etwas reden. Sie wollte mich treffen. Sie und Mario hatten Gefühle füreinander. Sie simsten die ganze Nacht lang. Schamlos sagte sie, ich weiß, dass du ihn magst. Aber ich habe mich in ihn verliebt. Ich kann nichts dagegen tun. Ich war total entsetzt. Lena, du machst Witze, oder? Fragte ich. Nein, leider nicht. Bitte versteh doch, sagte sie. Natürlich konnte ich das nicht hinnehmen. Sie hatte mich hintergangen. Ich wusste, dass sie eigentlich in wen anders verknallt war. Es ergab überhaupt keinen Sinn, dass sie mit Mario ausging. Wir hatten einen Riesenstreit. In der Nacht stritten wir uns per SMS weiter. In der Schule rief ich sie dann zu mir. Du hast mich hintergangen. Du bist jetzt meine Feindin, sagte ich. Sie entgegnete dasselbe. Unsere Freundschaft war vorbei. Bis wir in diesem Aufzug festsaßen. In meinem ganzen Leben hatte ich nur eine einzige Feindin. Und mit der steckte ich die letzten vier Stunden fest. Draußen herrschte Stille. Wir drückten immer wieder den Alarmknopf. Doch es kam niemand. Entweder war der Knopf kaputt. Oder niemand hörte ihn, weil Wochenende war. Mir war vor lauter Hunger und Platzangst schon ganz schwindelig. Ich stand kurz vor einer Panikattacke. Plötzlich fiel der Aufzug mit einem Rums einige Stockwerke nach unten. Wir fingen beide an zu schreien. Zuerst wackelte der Aufzug und dann hielt er. Als wir uns etwas beruhigt hatten, bemerkte ich, dass Lena meinen Arm umklammerte. Beschämt wich sie zurück. Ich sah sie an und lächelte. Sie erwiderte mein Lächeln. Ich hatte keine Kraft mehr zu stehen. Ich setzte mich. Lena holte die Kekse wieder hervor. Sie bot mir welche an. Ich wollte dir vorhin schon welche anbieten, hab mich aber nicht getraut. Dankend nahm ich sie an. Lena setzte sich neben mich. Mir war schwindelig. Ich verschlang die Kekse. Weißt du, dass ich unter Platzangst leide? Es könnte sein, dass ich gleich eine Panikattacke krieg. Ich drehe dann total durch, aber keine Sorge, ich tue niemandem weh außer mir selbst, sagte ich. Mir kamen die Tränen, aber ich unterdrückte sie. Sie sagte, das hast du mir nie erzählt. Meine Mama hat auch Platzangst, selbst in einem Rollkragenpulli. Sie kam näher. Schließ die Augen. So beruhige ich meine Mutter immer. Sie nahm meine Hand. Mit sanfter Stimme sagte sie, wir sind an einem wunderschönen Strand. Vor uns liegt das Meer. Über uns ist der Himmel. Schau dich um. Was siehst du? Tränen liefen mir über die Wangen. Ich sagte, vor uns liegt das Meer. Über uns ist der Himmel. Sie sprach weiter. Wir sitzen im Sand. Kannst du die Meeresluft riechen? Ich entspannte mich. Ja, erwiderte ich. Ich kann auch die Wellen hören. Plötzlich hörte ich draußen etwas. Hey! Hey! Ich öffnete die Augen. Das klingt nicht wie eine Welle. Ich glaube, jemand will uns helfen, sagte ich und stand auf. Hilfe! Wir sind hier drin zu zweit, brüllte ich. Sofort antwortete uns jemand. Nur die Ruhe. Ich hole euch hier raus. Dank Lena fühlte ich mich schon viel besser. Und jetzt, wo Hilfe da war, noch um einiges besser. Ich begann laut zu lachen. Ich sah Lena an. Sie schmollte vor sich hin. Hey, wir sind ja gleich draußen, sagte ich. Sie holte tief Luft. Weißt du, Sophie, Mario ist ein totaler Kontrollfreak. Er ist total eifersüchtig. Es ist furchtbar. Ich will ihn loswerden, aber ich kann nicht, denn das würde dich glücklich machen, sagte sie. Ich hatte nicht erwartet, so etwas von ihr zu hören. Ich schrie vor Freude. Was? Ein Kontrollfreak? Ich hasse solche Typen. Lena sagte, ich auch. Jetzt, wo du's weißt, werde ich endlich Schluss machen, sobald wir hier raus sind. Der Aufzug ächzte und rüttelte erneut. Wir schrien und umklammerten uns. Doch wir fuhren diesmal nicht runter, sondern hoch. Als wir das bemerkten, begannen wir vor Freude zu jubeln. Langsam wurde der Aufzug hochgezogen. Das dauerte etwa eine halbe Stunde. Jetzt konnten wir draußen deutlich Stimmen hören. Die Tür wurde einen Spalt weit geöffnet. Zwei schmutzige Hände griffen hinein. Dann öffneten sich die Türen ganz. Vor uns stand ein Mann, übergewichtig und ölverschmiert. Er keuchte schwer. Man hat mich sofort gerufen, als ihr den Alarmknopf gedrückt habt. Doch ich musste zuerst den Aufzug mit einem Draht absichern. Und das hat eine Weile gedauert. Tut mir leid, dass ihr hier so lang festgesessen habt, sagte er. Es war eine schreckliche Erfahrung gewesen. Aber wir waren endlich frei. Vor Freude gab ich dem Mann einen Kuss. Lena und ich rannten die Treppen hinunter. Wir rannten aus dem Gebäude und ich sah zum Himmel hoch. Das Leben war so schön. Ich sah zu Lena hinüber. Sie telefonierte. Rufst du Mario an? Fragte ich. Nein. Er hat mir 35 Nachrichten hinterlassen. Ich höre sie mir gerade an, sagte sie lächelnd. Wir holten uns Kaffee und gingen in den Park. Lena rief Mario an und machte mit ihm Schluss. Sie legte auf, sah mir in die Augen und entschuldigte sich aufrichtig bei mir. Ich bin nur ein dummer Teenager. Kannst du mir verzeihen? Fragte sie. Während dieser sieben Stunden im Aufzug war eine neue Bindung zwischen uns entstanden. Und als dummer Teenager vergab ich der einzigen Feinden, die ich je gehabt hatte. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Wenn euch wahre Geschichten wie meine gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Tschüss! 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 Vielen Dank.